Wie ist die Gasversorgung seit 2016 daran, nachhaltig zu werden? Die Gasversorgung ist seit 2016 daran, nachhaltig zu werden. Da haben wir begonnen, Biogas einzukaufen und ins Standardprodukt einzuspeisen. Mittlerweile sind wir bei 30 Prozent. Wenn das in diesem Tempo weitergemacht wird, sind wir weit vor 2040 soweit, dass 100 Prozent nachhaltiges Gas in unseren Gasleitungen fließt.